Ist pervers stark. Hatte ich nur einmal. War eine der geilsten Dröhnungen, die ich hier hatte. Was zum Henker macht ein Blatt von dem Zeug hier mitten in der... Oh Gott, wir sind im Himmel. Es ist so wunderschön. So wunderschön. Worte könnte es nicht beschreiben. Sie hätte mein Dichter schicken sollen. Sie bewegen sich in Herden. Es sind Herdentiere.